Hallo liebe Freunde und damit ganz herzlich willkommen zu dem Let's Play Special zu Call of Duty Advanced Warfare. Heute leider kein Let's Play, da ich Probleme mit der Aufnahme hatte. Es wird jetzt leider nur ein Walkthrough werden, da meine Audiospur, das ganze Let's Play übersteuert ist wie sonst was. Ich hatte anfangs sowieso schon Probleme damit, das Spiel vernünftig aufzunehmen, weil DxTory direkt das Spiel zum Crashen brachte. Aber ja, letztendlich hat es dann doch funktioniert, aber leider war der Pegel irgendwie auf 100%, warum auch immer. Und dementsprechend kann man von der Audiospur daher nichts mehr gebrauchen. Ansonsten, das Spiel läuft super flüssig, alles keine Probleme, Aufnahmen haben auch soweit wunderbar geklappt. Die In-Game-Sounds sind auch klasse, nur eben meine Audiospur von meiner Stimme ist leider defekt. Die kriege ich auch nicht wieder gerettet, also die ist wirklich total schlimm. Deswegen wird es jetzt nur ein Walkthrough werden. Ihr werdet natürlich jetzt im Laufe des Videos, wie jetzt auch im Hintergrund, sehen, wie ich da munter rumklicke und euch irgendwas zeigen möchte. Das funktioniert natürlich jetzt leider nicht, was ein bisschen schade ist, aber ich will euch natürlich nicht vorenthalten, dieses Video trotzdem zu veröffentlichen, weil es doch eigentlich ganz nette, lustige Aktionen in dem Video gab. Und wenn ihr dann halt doch Lust habt, einfach das Video anzuschauen, schaut es euch an. Hört eben auch meine nervige, quasselige Stimme im Hintergrund mal nicht. Und ja, daher, wenn es euch gefällt, mal einen Daumen nach oben geben. Tut mir, wie gesagt, leid, dass das mit der Audiospur nicht funktioniert hat, aber ich denke, beim nächsten Mal acht ich da bin ich schon besser drauf. Und dann, ja, habt ihr auch wieder meine wunderschöne, erotische Stimme in eurem Video. Ja, ich weiß nicht, was ich mir noch kurz sagen will zum Spiel, kann ich hier kurz zusammenfassen. Es ist für mich immer noch Call of Duty, es spielt sich zwar, es gibt tausend Neuerungen im Spiel und so weiter, die irgendwie ganz nett sind. Seht ihr ja auch hier in dem Menü jetzt, da sind es tausend Perks und ich weiß nicht, was alle Sachen auswählen kann. Aber es ist irgendwie halt, selbst nach 55 Spielminuten immer noch ein Call of Duty. Und ja, kaufen werde ich es mir wohl nicht. Ich habe es jetzt bei dem letzten Free Weekend mal gespielt, da konnte man den Multiplayer mal, glaube ich, für 19 Stunden oder 24 Stunden umsonst zocken. Und ja, aufgrund dessen habe ich euch jetzt ja dieses Video gebastelt und will euch das natürlich nicht vorenthalten. Deswegen schaut es euch einfach an. Wenn es euch gefällt und ihr ein paar lustige Kills seht oder so, schreibt es mal in die Kommentare mit der Minutenangabe, dann könnt ihr quasi so ein bisschen mein Commentary dazu, ja, nachsynchronisieren, sage ich mal. Also einfach mal ein bisschen was Lustiges zu schreiben, was euch im Video aufgefallen ist. Und wenn euch abschließend das Video gefallen hat, dann gebt mir trotzdem mal einen Daumen hoch. Wie gesagt, sorry nochmal für die kaputte Audiospur, aber ja, ich hoffe, ich denke mal so ein Walkthrough ist auf meinem Kanal auch mal was Besonderes. Ich meine, sonst mache ich immer nur Let's Plays und ich denke mal, trotz allem ist das ein trotzdem schönes Video geworden. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und einen schönen Abend noch und viel Spaß und wie auch immer. Bis dann, euer Tag Resistence. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ablink. 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 Begriff! System-Hack! Alle Habs in der Kühe gesichert! Der Feind nimmt Bravo ein! Verbündete Drohne über uns! Charlie wird gesichert! Charlie wird gesichert! Charlie gesichert! Wir verlieren Alpha! Alpha! Wir haben Alpha verloren! Wir haben A verloren! Bein von der ESG getroffen! Ausrüstung und Expo-Aktion! Alpha wird gesichert! Wir verlieren B! Alpha gesichert! Wir haben B verloren! Der Feind hat Bravo! Verbündete Drohne über uns! Der Feind nimmt Alpha ein! Wir haben A verloren! Der Feind hat Alpha! B wird gesichert! B wird gesichert! Bravo gesichert! Verbündete Drohnen hinter uns! Einfluss! Wir verlieren Charlie! Wir bleiben von EMP getroffen! Der Feind nimmt C ein! Wir gewinnen diesen Kampf! Wir haben C verloren! Der Feind nimmt B ein! Wir haben Bravo verloren! Charlie gesichert! Der Feind hat B! Bravo wird gesichert! Alpha wird gesichert! A gesichert! Verbündete Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! B wird gesichert! Feind von EMP getroffen! Wir verlieren A! Wir haben A verloren! Wir haben A verloren! Feind von EMP getroffen! B ist B! Der Feind hat C! Der Feind hat C! Achtung! Feindliche Vorräte! Der Feind nimmt Bravo ein! Wir haben Bravo verloren! Feindlicher Paladin kommt! Der Feind hat Bravo! Charlie wird gesichert! Der Feind nimmt Alpha ein! Wir haben A verloren! Der Feind hat A! B gesichert! Unsere Drohne ist online! C gesichert! Wir verlieren C! Trupp, das war wir aus dem Lehrbuch! Elite! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.